Warte, warte, warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr am teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop! Jawoll, meine Güte! Kedrop, Traum Skins sind näher als man denkt. Jauwoll, einen schönen ciao in Und Entschuldigung, Kruzzak, Roni ist hier am Start und wir sind hier zurück auf Keydrop. Wir haben 3000 Tacken drauf und noch einen 2000 Dollar Skin im Inventory. Eine Medusa eigentlich, oder? Erstmal Verkauf, genau, Medusa ist noch am Start. Ab nochmal, der Onze hat ja richtig einen reingeballert. Ich habe richtig einen reingeballert. 2400 Dollar haben wir angefangen, haben jetzt also quasi verdoppelt. Der Gambling ist natürlich über 18, nur mit Kilo, die ihr übrig habt. Für diejenigen, die es nicht wissen, 2400 Dollar waren natürlich nicht für ein Video, sondern für 12 Videos insgesamt. Wir geben immer alles aus, verkaufen es, geben alles aus, verkaufen es. Einmal ging es bis jetzt gut, dreimal ging es schlecht und jetzt läuft es gerade auch auf jeden Fall schmackofatzisch. Ja, genau, das haben wir mit dabei. Hallo. Oh, mal gucken. Road to 10K wäre natürlich absolut köstlich. Hä, warum laden hier die Hälfte der Sachen nicht? So, wir sind hier zurück. Internet ist abgeschmiert, Vodafone, absolut beste Internet, das es gibt. Capi überhaupt gar nicht. Also Telekom würde ich da auf jeden Fall bevorzugen. Werde ich in Zukunft auch bevorzugen. Es gibt jetzt eine neue Regelung, wenn man einen Vertrag hat. Früher hat es sich ja immer automatisch im Jahr verlängert oder zwei. Wenn man den Vertrag jetzt aber auslaufen lässt, kannst du monatlich kündigen. Die dürfen es nicht mehr automatisch verlängern und du hast jeden Monat die Möglichkeit zu kündigen. Das heißt, ich lasse den jetzt ganz entspannt auslaufen und kündige dann erstmal entspannt. Weil Vodafone tue ich mir nicht mehr an. Ist so. Jetzt haben wir trotzdem auf jeden Fall 3000 Tacken zum Ausgeben. Was wollen wir aufmachen, Lanze? Eigentlich, komm, wir machen zweimal die Logiste auf. Erstmal ganz trocken auf den Anfang. Jetzt überleg mal, wir haben 3000 Tacken, das ist so heftig. Das hier ist eigentlich zweieinhalb Videos meine Sponsorings. Was wir einfach genau jetzt aufmachen. Einfach, also, jetzt wäre es nix. Oh, oh. Es ist auf jeden Fall, die Rechten wären noch krasser. Doch, krasser doch nicht. Kacke, Mann. Ich glaube, das habe ich sogar das Messer. Deswegen wusste ich nicht. Oh, nein, ich wollte eigentlich. Ich wollte, ich wollte. Oh, das war eine Karte. Ja, äh, äh. Ist das hier, also das Kind? Ja, guck dir gleich viel. Oh, ja gut. Aber so viel Minus noch nicht und zwei schöne Skins, muss man sagen. Aber wäre natürlich trotzdem schöner gewesen, wäre da ein Brecher rausgekommen. Welche Kiste haben wir letztes Mal nochmal aufgezimmert mit der Medusa? Weiß ich gar nicht. Ah, doch, hier, pass mal auf. Das war die hier. Die West Case. Die West, ja. Die? Habe ich auch gerade wieder nochmal nachgeguckt. Mhm. Die wird auf jeden Fall. Oh. Egal, das wäre jetzt das Träufel gewesen. Aua, aua. Hunderter Minus. Hunderter Minus. Oh, die wäre auch köstlich. Oh, nee. Das ist auch nicht gut. An dem, genau, weiß ich nicht. Aber, aber ich finde, die sehen echt cool aus, wa? Die sind an sich, das sind ja die, das sind ja die Classic von 1.5.6. Ah, 1.6, ja, deswegen. Oh, Digga. Das kann nicht sein. Absolut Rick. Absolut Rick, Digga. Holy shit. Holy shit. Alter, alter, alter. Also, Road to 10k, meinst du da? Road to 10k. What the fuck? What the fuck? Zwei mal 100er Minus. Und das aus der Kiste auch. Also, eigentlich, ja, okay, auch wieder Minus, aber ist ja wurscht. Und eigentlich machen wir nur noch die Case auf für immer. Wie viel Prozent hat denn die? 0,3 Prozent. Ja, das kann man doch keinem erzählen. 0,3, alter. Digga, es ist einfach echt so, ne? Es ist echt verrückt. Es ist einfach echt so. Zwei Videos hinterlandern 0,3 Prozent. Ich sag's dir echt. Ich bin froh, dass wir schon über 100 Videos auf der Seite gemacht haben. Ja. Und dass wirklich die absoluten Ausnahmepulse sind. Ja, 2,3, alter. 0,3 Prozent. Das schmeckt natürlich anders. Road to 10k ist am Start. Und den meisten von euch wird es so gehen, ne? Den meisten von euch würde es so gehen. Wenn man, wenn man einfach, wenn man überhaupt so eine Kiste aufmacht, ne? Würde ich im Privaten auch niemals machen. 230 Dollar Kiste aufmachen. Oh, ein bisschen Profit. Weil es ist einfach natürlich eine Unmenge, Unmenge an Kohle, ne? Wie viel Dünner ist das? Machst du ja so gerne Vergleiche mit dir? Ich sag mal so, da kann's schon locker 10 mal richtig können. Ah, mein Gott. Über mehr, alle 30 mal sogar, oder? 30 mal nicht. Ja doch, mit Kohle und so. Sonst sagst du mal coole Vergleiche. Dann sagst du mal 30 Dollar coole Vergleiche. Was kannst du alles kriegen? Alter, da kriegst du alles eigentlich. Kannst du ja eigentlich die ganze Welt kaufen. Obwohl, eine Medusa kriegt man auch, wenn man Crony heißt, oder? Alter, wunderbar. Wo sind wir jetzt insgesamt? 5.900. Das heißt, wir haben... Die sind beim fünften Video oder so, oder? Oder? Noch weniger? Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Ausläuft auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, den meisten von euch vorzugehen, dass ihr Minus macht, ne? Auch wenn ich jetzt die 2 mit Randa extrem reingelackt habe, extrem reingelackt habe, ohne diesen Banger-Pull wären wir minus 1000 sogar wieder dieses Video. Hier kannst du ja mal gucken. So, die obere Reihe, 100 minus, 100 minus, bisschen plus, 100 minus, 150 minus. Ohne, ja, ich will's nur mal für die Leute so highlighten, ne? Klar ist das jetzt hier gerade ein absoluter Film, den wir hier drehen dürfen. Aber ohne diesen Pull. Wäre dieser Pull sowas gewesen oder selbst ein Tiger Tools oder so, wäre es 800 Dollar minus, ne? Mit 5000 haben wir gestartet, sind wir bei 5.900. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir haben auch 193 drauf. Ja, okay, dann sind es vielleicht halt nur, dann werden wir nur, nur 700, 600 im Minus, ne? Aber, ne, ne, ne. Darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. So, komm, jetzt machen wir die noch. Wollen wir die 5 aufmachen? Ne. 4 mal, glaube ich. Oh, ich hatte gerade wieder. 4 mal geht's. Einfach auf geschmeidig, so ein 190er Pull, weißt du? 190 hat uns genau gekostet und das kriegen wir auch ungefähr wieder raus, okay. Alter, wie es aussieht, oder? Oh ja. Einfach Doppelmedusa. Komm, Upgrade, oder? Auf den Hole? Upgrade auf den Hole? Upgrade auf den Hole? Upgrade auf den Hole? Also wir würden's in den Pär jucken, aber auf keinen Fall, vergiss es. Niemals, niemals. Wie im Leben, holy shit. Das ist deine Klimaanlage da. Das ist, also, da war die Klimaanlage auf jeden Fall komplett drin, ne? Ah. Naja, wir lassen das Video so, wie es ist, sowas gut. Wir machen Upgrades, wir können nächstes Mal versuchen, beim nächsten Video, alle Skins zu upgraden. Und ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und die Akimbo Medusa ist am Start. Haut rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.